Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, ich begrüße auch alle recht herzlich. Hier ist der Erik und... Hallo Erik. Oh, du bist schon wieder so laut. Ich weiß gar nicht, ich rede ganz leise. Ich muss dich hier mal runter regeln. Ja, wir haben ein paar Filme mitgebracht, die wir gesehen haben. Zum Beispiel quasi Chris' neuer Lieblingsfilm oder auch nicht. Wir werden es erfahren. Der heißt Abenteuer eines Mathematikers. Mal sehen, wie viel Anteil aus dem Real Life da enthalten war. Wir werden es gleich erfahren von Chris. Ich habe Massive Talent angeschaut, nachdem ja Chris und Kate da so positiv berichtet hatten aus der Sneak Preview und ich ja den leider nicht gesehen hatte. Ah, der läuft ja jetzt noch im Kino. Und ich habe mir einen Film angeschaut, der ganz neu auf Sky lief, auch von Sky produziert war, der eigentlich auch hätte ins Kino kommen sollen, aber dann doch auf Sky Premiere gefeiert hat, nämlich Plan A. Was würdest du tun? Und ich sehe hier noch eine Serie drinstehen, Surviving Summer und da haben wir eigentlich dann jede Menge heute im Programm. Chris, erzähl doch mal aus dem Leben, aus den Abenteuern eines Mathematikers. Abenteuer eines Mathematikers. Da geht es um den Mathematiker Stanislav Ulam und es ist ein, ja, basierend auf seiner Autobiografie, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Biopic mehr oder weniger. Und Stanislav Ulam ist in den 90er, 40er Jahren unterwegs, er flüchtet da vor den Nazis in die USA, weil er ist jüdischer Mathematiker, ist Jude, flüchtet also in die USA und arbeitet dort an der, ich glaube in Harvard arbeitet da, wenn ich es richtig im Kopf habe, eben hält da auch Mathematikvorlesungen und alles und wird dann abgeworben für ein Programm vom Militär der US-Streitkräfte. Und zwar geht es darum, den Wettstreit um die Atombombe zu gewinnen und die USA oder da manche Forscher dort wollen auch die Wasserstoffbombe noch vorher haben. Und er hockt also da in Harvard, ich sage jetzt einfach, dass es Harvard ist, ich lege mich jetzt aus dem Fenster, zusammen mit seinem Bruder Adam, aber den kann er nicht mitnehmen, das heißt, den setzt er quasi im nächsten Zug nach New York, während er an die Westküste reist, wo er eben, ja, ein neues Leben dort auch nochmal anfängt oder eben auch sich damit einbringen soll, die Entwicklung der Atombombe weiterzuentwickeln. Er lernt dann auch Robert Oppenheimer kennen und ja, es geht im Grunde eigentlich dann darum, dass der gute Mann, das Stan, Stan Ulam, eine Stanislav, gewaltig mit Gewissensbissen zu kämpfen hat. Also er lernt eine Frau kennen, die nimmt er auch mit, François. Gründet dann dort auch in diesem Camp eine Familie und es geht halt immer weiter um diese Entwicklung von, also nicht nur der Atombombe, sondern von der Wasserstoffbombe. Die wollen sie unbedingt haben, weil damit man zur Abschreckung arbeiten kann, damit keiner hier den USA groß ans Bein pissen kann, weil es dann heißt, oh, Achtung, aber die haben diese Bombe. Und er sieht das halt alles dann irgendwann ein bisschen anders, kämpft er auch mit seinem Gewissen, weil er sagt, hey, in was von einer Welt wollen wir leben, wo man zu solchen Waffen greifen muss oder warum man sowas überhaupt entwickeln muss. Und darum handelt es eigentlich hauptsächlich, dass er da mit seinem Gewissen immer wieder zu kämpfen hat. Problem ist eben, dass er damit sehr arg aneckt, gerade bei seinem Vorgesetzten auch, der das unbedingt vorantreiben will, der ja auch die große Idee hatte. Und nebenbei wird noch der erste Supercomputer der Welt ins Leben gerufen. Und ich glaube, an meiner Laune gerade merkt man schon, dass es alles dann ein bisschen heftig wird, weil ein paar Nebengeschichten einfach aufgemacht werden, die nicht richtig zu Ende erzählt werden in diesem Film. Und daran hakt es nämlich dann auch bei mir. Jetzt bin ich schon fast an der Kritik. Also ob sie es schaffen oder nicht am Ende, das ist dann geschichtlich, kann man sich es überlegen, auch wo das geendet hat. Das geht nämlich dann auch noch weiter mit, ja, übrigens, der Krieg ist vorbei, wir haben die Nazis besiegt, wir haben die Nazis besiegt, ja, wir haben die Nazis besiegt, cool, wir haben die Nazis besiegt, juhu. Das war das Kriegsende. Ja, da waren sie ja noch nicht fertig mit der Entwicklung. Ja, richtig, da waren sie noch nicht fertig. Also das war das Kriegsende für Europa, aber es ging ja noch mit Japan dann noch munter weiter. Und, und, ich, ja, ähm, ich überlege gerade, wie ich es zu einem runden Abschluss bringe, weil es mir echt ein bisschen schwerfällt. Äh, es werden, wie ich gesagt habe, ein paar Baustellen aufgemacht, aber die, wie ich finde, nicht konsequent zu Ende gebracht. Und was einfach super schade ist und super anstrengend dann auch auf Dauer ist. Weil der Film extrem gut anfängt, wie ich finde. Der hat, die erste halbe Stunde ist top vom Tempo her, vom Witz her, vom Charme her. Du bist drin, du freundest dich relativ schnell mit dem Hauptcharakter, finde ich, an, weil er auch ein paar gute Sprüche rausbringt. Äh, was, wo ich auch sagen muss, wo ich mich selber auch ein bisschen wiedererkannt habe sogar, auch wenn es ein massiver Unterschied ist zwischen einem, der, äh, in der Realschule Mathematik unterrichtet und einem, der eben wirklich an der Uni-Matte unterrichtet, äh, hat Wahrscheinlichkeitsrechnung mit den, mit den Studenten gemacht und hat auch gesagt, hey, worauf würdest du setzen beim Kartenspiel und hier und da und überhaupt? Und das ist genau das, was ich mit meinen Kids eigentlich auch immer mache. Also nicht Kartenspielen und die abzocken, sondern denen das einfach auch ins Bewusstsein rufen, hey, da habt ihr Wahrscheinlichkeiten. Und das ist ziemlich leicht am Anfang und das ist gut, wie ich finde, und man kommt gut rein. Aber dann nimmt der Film einen ganz doofen Turn irgendwie und ich habe mich dann über eine Stunde eigentlich echt gelangweilt, weil es so viele Geschichten aufgemacht werden, die nicht zu Ende erzählt werden. So viele Richtungen, wo du sagen würdest, okay, cool, wie geht es jetzt da weiter? Ist einfach völlig uninteressant plötzlich, weil es sich ganz stark eben auf den Stan und seine wohl dann autobiografische Geschichte konzentriert. Und für mich war das der Killer in dem Film. Ich weiß nicht, wie es der Erik sieht, aber mir ging es da wirklich so, okay, viele Möglichkeiten, viele Chancen, aber am Ende des Tages relativ fad. Ja, also als der Film angefangen hat und als wir gesehen haben, ah, das geht hier um die Entwicklung der Atombombe und so, da habe ich mich eigentlich auf so eine spannende Geschichte, so à la Hidden Figures zum Beispiel, gefreut. Ja, wie wurde das damals gemacht? So ein bisschen quasi dokumentarisch so erzählt. Wie wurden Probleme gelöst? Ja, was hängen da für persönliche Schicksale dran und so weiter? Allerdings ist der Film völlig zerfasert und der verzettelt sich selber in seiner eigenen Erzählweise von der beschissenen deutschen Synchronisation, zum Beispiel von seinem Chef ganz zu schweigen. Also das war ja, war das Frederik Lau oder ich weiß nicht, also irgendwie so eine Stimme wie Frederik Lau, aber irgendjemand, der überhaupt keine Ahnung vom Synchronsprechen hat, gefühlt. Oh, wow, wow, das war ganz übel. Ja, jedenfalls, ja, da werden so einzelne Geschichten da aufgemacht und es ist auch dann, es ist ganz komisch geschnitten, ja. Es passiert irgendwas und dann wird manchmal so kurz nach einem Satz weggeschnitten, wo du eigentlich noch eine Antwort erwartet hättest von irgendjemandem und dann geht es mit einer völlig anderen Sache irgendwie weiter. Dann springt der Film immer vor und zurück, aber ohne, dass dieses Vor- und Zurückspringe irgendwie eine Bewandtnis hätte in der narrativen Struktur des Ganzen, ja. Es ist einfach, boah, jetzt haben wir erstmal nichts mehr zu erzählen, wir wissen jetzt auch nicht mehr, ja, da springen wir einfach mal ein Stück nach vorne und wenn es da wieder langweilig wird, springen wir mal ein Stück zurück und keine Ahnung, also, boah, das war so. Ja, aber auch da, diese Cuts fand ich am Anfang, fand ich diese harten Cuts teilweise noch gut, wo ich gedacht habe so, okay, coole Idee, das kann man so machen, das ist auch nicht, gar nicht schlecht, das bringt so einen gewissen Stil mit in den Film rein, aber irgendwann war es dann völlig übertrieben und völlig Banane, wie du es gerade gesagt hast. Es hat überhaupt nicht mehr gepasst. War wahrscheinlich auch das Problem, dass hier, dass jemand seine eigene Biografie geschrieben hat, ja, weil wenn jemand seine eigene Biografie schreibt, dann setzt er ja völlig anderen Fokus als das, was vielleicht für die Außenstehenden dann interessant ist, ne. Deswegen gibt es ja viele berühmte Leute, die einen sogenannten Biografen haben oder jemand, der ihnen das schreibt, ne, oder so. Ja, aber hier, puh, weiß auch nicht. Also wenn das hier auf diesem Buch von dem Herrn Ulam basiert, ja, ich weiß nicht. Also da waren so viele Sachen dabei, Kill Your Darlings, wo ich gesagt hätte, ich hätte es weggelassen, das bringt jetzt die Geschichte überhaupt nicht voran, ja. Ja, und gerade auch so diese Themen, die dann aufgemacht wurden, natürlich der moralische Unterbau, ja. Sie sind Wissenschaftler und als Wissenschaftler ja eigentlich anderen Dingen verpflichtet, als jetzt hier irgendwas zu schaffen, was viele, viele, viele Menschen tötet, ja. Auch wenn es vielleicht, in Anführungszeichen, für einen guten Zweck ist, ja. Aber dass hier mitgearbeitet wird an einer Massenvernichtungswaffe und da gab es nur eine Szene, die dahingehend mal ein bisschen stark war, wo der eine von dem Atombommentest zurückkommt und da wirklich völlig erschüttert war, was er da gerade gesehen hat. Und, ähm... Ja, und dann aber auch verbrannte Hände hatte und alles. Naja, der hat ja dann noch Folgen davongetragen. Aber so die restlichen Sachen, gerade zum Beispiel hier unsere Hauptfigur, der sich erst vehement so dagegen stellt und dann plötzlich mit wehenden Fahnen dafür ist und so, wo die Motivation in die eine oder andere Richtung nicht so richtig erklärt wurde. Also, ich weiß auch nicht. Naja, also schwieriger Film, also schwierig von der Bewertung her auch, weil an sich gefilmt war der eigentlich ganz gut. Man hätte durchaus mehr draus machen können. Der hatte einfach eine schlechte Regie, also eine gute Kameraarbeit, aber schlechte Regie und schlechtes Drehbuch, fand ich. Von der deutschen Synchro ganz zu schweigen. Deswegen sind sogar welche rausgegangen aus dem Film. Also, noch nicht mal bei irgendwelchen, hier bei Black Phone sind ja noch nicht mal welche rausgegangen, aber hier sind welche rausgegangen, weil die wahrscheinlich gesagt haben, ach, das ist jetzt doch zu großer Käse. Oder der kommt einfach nicht auf den Punkt, der Film. Es war eigentlich nie ein richtiges Drama in dem Film. Es war, das meanderte so vor sich hin und dann irgendwann war er vorbei. Ja, das meine ich ja. Das meine ich mit die erste halbe Stunde. Das war echt cool. Aber dann ist es so komisch geworden, so komisch abgetrifftet. Das hat echt keinen Spaß. Also, mir hat es keinen Spaß mehr gemacht. Und es wird ein Film gemacht über Atombomben und Atombombenbau und Atombomben-Test, aber man sieht überhaupt nichts davon. Also, man ist nicht mal Stock-Footage von irgendeinem Atombomben-Test drin oder sowas, das mal wenigstens ein bisschen Action auf der Leinwand ist. Nein, man sieht immer nur die Leute, wie sie rauchen da in irgendwelchen Kulissen sitzen und sich gegenseitig entweder anöden oder anfeinden oder irgendwelche Ideen entwickeln. Und ja, Lokalkolorit war ganz okay, aber ich weiß auch nicht, so ZDF-Nachmittagsprogramm vielleicht, aber nicht unbedingt Kino. Deswegen von mir fünf Punkte. Und was sagt der Mathematiker in der Runde? Er sagt 4,5 oder habe ich vier gegeben. Ich weiß nicht mehr. Weil, wie gesagt, nee, ich habe vier gegeben. Der Anfang war echt okay, aber die restliche Zeit hat nicht mehr. Und dann war... So ein durchschnittlicher Film fand ich so. Hat nicht zu mehr gereicht bei mir. Sagen wir es dir so. Okay. So, haben wir der Kate jetzt Lust gemacht, den Film mal zu gucken? Was? Oh, Entschuldigung, ich bin gerade eingeschlafen. Die Kutze nickt hier. Nee, ehrlich gesagt nicht so. Ja, nicht. Also gerade wenn du sagst, das nicht mal irgendwie so ein bisschen Footage, was überhaupt Atom... was so eine Atomrakete anrichten kann oder wenn der da von seinem... Wie gesagt, von diesem Atomwaffentest zurückkommt, komplett verstört und du nichts davon gesehen hast. Das ist halt... Klar, jeder weiß, was so eine Atomrakete anrichtet. Ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, für einen Film noch mal spannender und intensiver, das nachzuvollziehen, wenn du davon was sehen würdest. Und deswegen wirkt es für mich sehr langweilig, was ihr da erzählt. Ich habe noch eine Frage an unseren Mathematiker hier. Wo ist einer? Also wir hatten das Thema Atombombe und wie das funktioniert, so die verschiedenen Arten hatten wir damals in Physik-Leistungs-Kurs. Aber wozu braucht es da Mathematik? Was haben die da berechnet? Irgendwelche Wahrscheinlichkeiten oder was? Nee. Die haben berechnet, welche Kräfte da wirken, wie du Kühlungen kriegst, wie du... Du musst ja so vieles berechnen, deswegen... Die Zusammensetzung auch, oder? Wahrscheinlich war das ein gemischtes Team aus Physikern und Mathematikern. Ja, definitiv war das ein gemischtes Team. Naja, gut. Okay. Kate, mach uns mal Mut, was könnte morgen kommen? Morgen, einen wunderschönen Montag, den 4. Juli, einer der schönsten Tage des Jahres. Okay, da kommt ein neuer Emmerich-Film. Habe ich gesagt, einer der schönsten Tage im Jahr. Lautet der Tipp Home Sweet Home. Und der Erik und ich haben beide einen Film-Tipp abgegeben in der Gruppe. Oh, echt? Ja, ich bin zu Hause, ich habe Zeit. Okay. Du hast getippt Vier Wände für zwei. Klingt nach Home Sweet Home. Mhm. Ja, so. Ich habe getippt The Owners. The Owners. Spiel doch die von Game of Thrones mit, ne? Genau, deswegen habe ich mir den Trailer angeguckt, weil er Macy Williams wird spiel und ich bin auf den Tipp gekommen, weil in dem Vorspann von dem Trailer steht, irgendwie zu Hause ist das am schönsten. Oh, ne, das ist ja. So Home Sweet Home. Ja, das ist ja. Ich glaube, da hast du diesmal in Volltreffer gelandet. Ich befürchte es auch. Aber das sieht böse aus. Das wird ein böser Film. Ja, mal sehen. Der sieht ein bisschen horrormäßig aus. Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Mal schauen, genau. Ja, ich war auch noch mal im Kino und habe mal den Film nachgeholt. Massive Talent, der ja hier schon wohlwollend besprochen wurde mit Nikolaus. Jetzt bin ich gespannt. Nikolaus bin ich jetzt gespannt. Habe ich noch keine Wertung hier drin stehen? Doch, ich habe da schon eine Wertung drin stehen. Ja. Von Tom Gormick Ken, den ich überhaupt noch nicht kenne vorher. Warte mal, ich gucke mal, was der noch so gemacht hat. Weil den Namen muss ich mir merken. Weil, ne, der hat noch nichts gemacht. Der hat nur als Writer, ach ne, für immer Single, hat er 2014 gedreht. Das war auch schon eine Weile her. Und jetzt sein nächster Film, Massive Talent. Also da liegen ja mal locker hier sieben Jahre dazwischen hier. Das ist ja acht Jahre dazwischen ungefähr. Krass. Jedenfalls Massive Talent. Also es geht um Nicolas Cage, der sich hier mehr oder weniger selber spielt. Und der ist ja gerade so in einer kleinen Sinn- und Schaffenskrise. Und sein Agent, gespielt von Neil Patrick Harris, ja, sagt da so, hey, da gibt es hier so einen reichen Typen da. Der ist irgendwie so ein Olivenbaron in Mallorca. Der will dich gerne mal sehen. Der ist hier totaler Fan und so. Und da geht es erst noch so um Hin und Herfragen. Pedro Pascal. Aber genau, Pedro Pascal oder Mandalayana. Da sollte ich aber hier nicht irgendwelche kinky Sachen machen, irgendwelche irgendwie ihn vögeln oder er will mich vögeln oder ich soll zugucken, wie er seine Frau vögelt oder sowas. Und nachdem das geklärt ist, macht man sich dann oder macht er sich dann auf den Weg, weil seine Castings laufen auch nicht mehr so richtig gut irgendwie. Und ja, er will halt trotzdem immer schauspielern. Und da kommen wir auch gleich zu dem Punkt. Das ist natürlich extrem viel Meta-Humor und Meta-Gags und er nimmt sich so sehr schön selbst auf die Schippe Nicolas Cage und ja, und als er dann... Das war gut eigentlich, ne? Auch sein alter Ego Nick Cage. Ja, genau. Der wirklich das Shirt noch anhat von Wild Tart und sowas. So ein seiner größten Erfolge und so. Herrlich. Ja, dann fliegt er halt nach Mallorca und trifft ihn dann und er ist so ein totaler Fan der Pedro Pascal und führt ihn da rum und... Aber irgendwie ist alles so ein bisschen leicht weird und als dann auch noch FBI-Agenten auf ihn zukommen, die ihm sagen, oh, das ist hier, da wurde die Tochter von irgendeinem katalonischen Ministerpräsidenten entführt und die erpressen Lösegeld und wir nehmen an, dass der hier, weil der ist eigentlich kein Olivenbaron, der ist eigentlich ein Drogenbaron und der hat die entführt und so, kannst du uns da helfen? Und er sagte, ja, ich bin Schauspieler, ich kann alles, ich kann auch Agents spielen und so kommt er dann halt dazu, das zu machen und es ist aber dann alles nicht ganz so, wie es sich so am Anfang darstellt und er ist einfach total verrückt und lustig und selbstreferenziell und es sind auch wahnsinnig viele von seinen eigenen Filmen, die damit so ein bisschen referenziert werden und es macht einfach total Spaß von Anfang bis Ende. Also wenn, ich mag ja eigentlich Nicolas Cage schon, also ich mag den ganz, ganz, ganz sehen in diversen Filmen. Ich habe auch letztens, als er auf Sky leave wieder The Rock angeguckt und so, ich mag auch diese ganzen cheesy Action-Sachen, die er in den 90er gemacht hat, hier nur 60 Sekunden und sowas. Ich mochte auch die neueren, so Mandy, wo sie auch die Kettensäge im Film haben und so richtig schön Splatterding. Ja, ähm, und hier, der Film ist auch super, also wer den noch mitnehmen kann im Kino, der läuft jetzt gerade noch, glaube ich so, in den letzten Zügen. Massive Talent, mal was zum richtigen, richtigen Lachen für Filmfans, weil da ist so viel cooles Zeug drin und die Story gibt aber auch sehr viel her, ist jetzt nicht nur so Klamauk, sondern da ist auch Action drin, da ist Spaß drin, da ist eigentlich alles dabei. Deswegen von mir acht Punkte und auch eine Empfehlung. Jawohl, das wird für mich auf jeden Fall auch ein Blu-ray-Kandidat, weil da will ich noch, okay, den will ich dann noch ein-, zweimal gucken. Okay, dann habe ich im Heimkino was geguckt. Heimkino. Ein Film, für den Sky schon das längere Zeit so ein bisschen Werbung gemacht hat und wo auch diverse Dokumentationen auf Sky Documentaries liefen, nämlich Plan A, Was würdest du tun, ist der deutsche Titel, ist eine deutsch-israelische Co-Produktion mit August Diehl, den mag ich ziemlich gern, den deutschen Schauspieler, der hat zum Beispiel bei 23 mitgespielt in dem Film und Silvia Höx, Silvia Höx, sagt euch der Name irgendwas? Nö. Bei Blade Runner 2049 hat sie zum Beispiel mitgespielt und bei Verschwörung hier diesen Film da, diesen Zalander-Film, den wir hatten in der Sneak Preview, glaube ich. Ich glaube, wenn ich sie sehe, ja, wird es wahrscheinlich hier dreht sich der Film um eine Gruppe von Juden, die gerade so den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und August Diehl kommt zum Beispiel dann nach Hause und sein Zuhause ist nicht mehr, da wohnt jemand anders drin und der will das auch nicht mehr hergeben und so weiter und seine Familie ist auch weggeschafft worden, wo der Typ auch dafür verantwortlich war, der jetzt in seinem Hause ist und so weiter und also eine ganz, ganz schlimme Geschichte, mit der der Film aufmacht, gleich in der ersten Szene und August Diehl macht sich dann so zu Fuß auf den Weg, er lernt da noch jemanden kennen und er möchte mit dem zusammen ins gelobte Land quasi nach Israel, weil in Deutschland hält ihn ja nun gar nichts mehr und er lernt dann auf dem Weg eine ganze Gruppe kennen, die unter der Flagge der britischen Armee so kleine, ja sagen wir, Guerilla-Aktionen unterhalb des Radars veranstalten, nämlich irgendwelche SS-Leute zur Strecke bringen, also dann irgendwie Leute verhören und irgendwie rausfinden, wer war das und dann die Leute zur Strecke bringen und bei denen beteiligt er sich erstmal und er lernt dann noch so eine andere Gruppe kennen, der sich dann anschließt, die haben noch ein ganz anderes Ziel, die sagen nämlich, Deutschland hat viele Millionen Juden umgebracht, wir bringen aus Rache wirklich mehrere Millionen Deutsche um und der Plan ist, was auch in der Dokumentation ja, es basiert ja auf wahren Begebenheiten, der Plan ist, in diversen Großstädten das Trinkwasser zu vergiften und bei diesen Sachen begleiten wir eben August Diel und diese, diese, ja ich nenne es mal Terrorgruppe, ja, weil es ist ja ein Terroranschlag sowas und ist echt gut gefilmt, fand ich, also ist richtig, also dieser Lokalkolorit von damals kommt richtig gut rüber, wenn man bedenkt, dass alles in Deutschland auch gedreht wurde, Bavaria Filmstudios glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, aber die haben auch bestimmt irgendwie von Studio Babelsberg ein bisschen was mit benutzt, das sah auch ein bisschen was nach denen aus und es ist ein sehr, sehr dramatischer Film, wo natürlich auch sehr viel aus der damaligen Zeit noch mit drin ist und ich will mir nicht zu viel verraten, es ist auf jeden Fall natürlich nicht in Glorious Bastards mit sehr viel Witz und irgendwas von welchen, die da auf Nazi-Jagd gehen, sondern hier ist es eher so, hat jeder halt eine dramatische Geschichte, die seine Beweggründe darstellt und auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film, den man doch mal gucken sollte, also jetzt läuft er gerade auf Sky, Plan A, was würdest du tun und ich denke mal, demnächst wird er dann auch in anderen Streaming-Services dann laufen, auf jeden Fall mal vormerken, ein sehenswerter Film von mir, acht Punkte auch, deswegen, ich kann nicht direkt sagen, dass er mir gefallen hat, weil gefallen ist bei so einer dramatischen Geschichte ja irgendwie das falsche Wort, aber ich fand den wirklich extrem interessant und gut gespielt und gut gemacht. okay, das war dann Plan A, was würdest du tun und dann sind wir schon bei der Serie der Woche, Surviving Summer, davon habe ich schon mal was gehört, diesmal und ich versuche die Zeit zu überbrücken, bis ich meine Taste finde, hier, ach hier ist sie. Wollt ihr nicht Neustarts noch machen? Serien. Achso, Neustarts, Neustarts und so. Mach es mal die Serie. Okay, also ich, ihr habt es ja letzte Woche schon mitbekommen, ich bin so ein bisschen im Teenie-Sommer-Serien gucken und habe ja letzte Woche schon eine Serie vorgestellt und habe danach dann angefangen, eine Serie zu schauen, die heißt Surviving Summer und der Witz an der Serie ist, dass sie quasi einen doppeldeutigen Titel hat, denn es geht um ein junges Mädchen namens Summer Torres, die in den USA lebt und da die Skateboarderin und Querelin und macht der Mutter nur Ärger und wird irgendwie ständig von den Schulen geworfen und hat irgendwie gar keinen Bock auf gar nichts und die wohnt, glaube ich, nicht bei ihrer Mutter, bei ihrer Tante oder auch keine Ahnung, auf irgendeine Verwandten und die weiß irgendwie nicht, wie sie weitermachen soll und schickt sie über die Sommerferien, deswegen Surviving Summer, nach Australien und zwar an die Great Ocean Road in Victoria zu einer Familie, mit der sind die schon jahrelang befreundet, also die Mutter oder Tante der ihre beste Freundin, die haben auch früher selber dort zusammen gelebt, bevor sie nach in die USA gegangen ist und die Familie kennt sich eigentlich, wobei sie halt, Summer ist dort weg, als sie noch klein war und hat nicht so wirklich viele Erinnerungen an diese Familie, aber sie wird halt dort hingeschickt und muss jetzt dort den Sommer überstehen und gleichzeitig muss diese Familie Summer überstehen, deswegen, doppeldeutiger Titel, ist ehrlich gesagt eine ziemlich süße Serie, es geht aber sehr, sehr viel um Surfen, also wenn man mit Surfen gar nichts am Hut hat oder auch die Schönheit nicht dahinter versteht, warum man das jetzt angucken muss, ist es schwierig, aber die Familie ist halt total im Surffieber, der Sohn der Familie, der ist Surfer, hat aber auch ein bisschen Paket mit sich zu tragen im Hintergrund der Ari, aber es geht halt darum, dass die Summer irgendwie versucht, sie muss sich irgendwie erden und das versucht diese Familie ihr beizubringen und sie kommt dann halt mit so in diese Surfer-Gang mit rein und stellt das Ganze dort ein bisschen auf den Kopf, ist eigentlich ganz süß, die Sendeserie vom letzten hat mir besser gefallen, der Sommer, als ich schön wurde, aber ja, Surviving Summer ist auch eine schöne Sommerserie zum Reinklicken. Okay, jetzt war die doch nicht, die ich, von der ich schon gehört hatte, die ist anders. Na gut, dann gucken wir doch jetzt mal in die Neustarts rein und in die Kino-Charts. So, was haben wir denn da? Platz 5 in Stuttgart in den Innenstadtkinos. Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Und nur leicht. Auf Platz 4, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Aha, dann Elvis, das Musical, der Musicalfilm. Der ist nicht leicht gekürzt, der geht 160 Minuten. Hui. Aber das, ich glaube immer noch, das würde ich auf jeden Fall gerne noch sehen. Vielleicht nicht im Kino oder in dem Heimkino, aber das möchte ich schon sehen. Auf Platz 2, nicht mehr auf der 1, ist Top Gun Maverick. Denn, die neue Nummer 1, Minions, auf der Suche nach dem Miniboss. Aha. Aber da sind ja keine Ferien. Krass. Ja. Dabei sah der Trailer nicht so besonders aus. Aber gut, in jedem Kinderprogramm kommt jetzt extrem viel Werbung dafür. So, und was startet denn jetzt Neues hier diese Woche am 7.7.2022? Liebesdings. Eine romantische Liebeskomödie mit Elja Sembarek, der einen Filmstar mimt und vor der Öffentlichkeit abtaucht. Dann startet Karlchen das große Geburtstagsabenteuer. Der Animationsfilm erzählt kindgerecht von Hase Karlchen, der an seinem Geburtstag ein großes Abenteuer erlebt. Oh Gott. Okay. Wie süß. Hätte ich voll Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Voll gollig. Sag mal, hat man... Leg mal, der kommt in der Sneak. Einfach so. Hatten wir nicht Alfons Zitterbacke erst als Kinostart? Jetzt kommt Alfons Zitterbacke endlich Klassenfahrt. Hatten wir das schon mal erwähnt. Vielleicht hat es den noch mal verschoben. Also kommt noch mal ein Alfons Zitterbacke Film. Der heißt sogar endlich Klassenfahrt. Wir hatten ja letztens krass Klassenfahrt und der Trailer, sie sieht ähnlich aus. Also ich glaube, den muss man nicht gesehen haben. Der hat nicht mehr viel mit dem Charme von dem DDR-Kinderbuch zu tun. Korsage startet ebenfalls ein österreichisches Biopic, in der Vicky Krebs die 40-jährige Kaiserin Elisabeth verkörpert. Okay. Bravo, Sisi. Willkommen in Siegheilkirchen. Im erzkatholischen Siegheilkirchen, in einem kleinen Ort im Hinterland der Alpenrepublik, ringt in den 60er Jahren der von allen nur Rotzbub genannte Spross angepasster Würzleute mit dem bravspießigen Dasein seiner Heimat. Durch sein Zeichentalent, das sich in Höchstgeschwindigkeit Bahn bricht, verschafft er nicht nur seiner eigenen Frustration ein Ventil. Er bietet seinen Mitschülern auch beste Unterhaltung, wenn er die lachhafte Obrigkeit einer Orgie schamlosen Gelächters aussetzt. Und so weiter. Okay, da geht's um einen Karikaturisten. Sozusagen. Es startet auch vier Wände für zwei. Dann hat ja irgendjemand getippt hier. Das war der Tipp, ja. Genau. Sarah lebt in Sevilla und ist seit acht Jahren mit Daniel verheiratet. Nicht mehr in die Zukunft ihrer Ehe glaubend, macht sie sich hinter dem Rücken ihres Mannes auf die Suche nach ihren eigenen vier Wänden. Sarah ist ein Good Girl. Daniel ist ein Bad Boy. Zusammen mit dem unerfahrenen Immobilienmakler Oskar besichtigt sie eine wunderschöne Wohnung, die abgesehen von den scheußlichen Tapeten zwar absolut perfekt wäre, jedoch einen entscheidenden Haken hat. Sarah kann erst einziehen, wenn die derzeitige Eigentümerin Lola verstochen ist. Okay. Das Pfauenparadies. Warum geht es da jetzt hier so? Ganz besonderer Gast. Bist du ja richtig vorbereitet. Keine Ahnung, da ist so viel hier, das will ich jetzt nicht alles vorlesen. Nena hat Geburtstag und da kommt dann irgendjemand und da bringt jemand, außerdem bringt jemand noch einen ganz besonderen Gast mit Paco, Almas Pfau. Als die ganze Familie auf das Mittagessen wartet, verliebt sich der schöne Vogel von Alma in eine Taube, die auf dem Gemälde abgebildet ist. Diese Liebe setzt eine Kette drastischer Ereignisse in Gang. Sehr seltsam. Das wird jetzt so richtig wild. Also wirklich richtig wild wird es daher, weil klar, Winnetou 1, 2, 3, okay. Aber hier steht Extraction 2, Kino statt 9.7. Nee, der steht nicht. Und der Drehende war aber erst im März. Ich würde mich echt wundern, wenn die jetzt schon fertig sind. Das ist wieder Kino.de, wieder falsch. Da haben die es wahrscheinlich eingetragen und nicht aktualisiert. Auf jeden Fall nehme ich mit Chris Hemsworth. Und ich glaube nämlich nicht, dass es dann einfach so, ja, hier, go for it, sondern ich glaube, da ist schon was Größeres zu binden. Denke ich auch. Denke ich auch. Apropos, jetzt läuft ja, diese Woche startet doch Tor, oder? War das nicht so? Ja. Ja. Da können wir eigentlich auch mal reingehen. Ja, es startet auch noch Riffkins Festival, das ist der neue Woody Allen-Film. Ja, Regie und Drehbuch Woody Allen. Ich weiß nicht, ob er selber auch eine kleine Rolle spielt, bestimmt. Genau. Da dreht sich alles um irgendwie so ein Filmfestival. Ist halt so ein typischer Woody Allen-Film, wo dann irgendwie, ja, alle wie bei Gottes Gemetzels irgendwie so Dialoge haben und alles schaukelt sich so nach oben, denke ich mal. Bestimmt sehenswert, aber muss ich nicht extra als Kino rein. Stimmt. Stimmt. So, dann sind wir ja eigentlich durch für die Filmstarts der Woche und die Kino-Charts. Und dann geht's auch schon in die Musiktipps rein, wenn ich das richtig mitbekomme, oder? Hat noch jemand was? Ja, du hast ja die Serie drauf. Games haben wir keine. Games haben wir keine. Games haben wir keine. Games haben wir keine. Alter. Ey, Eric hat's heute richtig drauf. Du stellst uns Fragen und da dürfen wir nicht beantworten. Schießt los. Habt ihr noch was? Nein. Nö. Games bei Tarkov war 2 am Mittwoch. Geht von vorne los. Kommentare haben wir keine? Serien haben wir gerade schon gemacht. Gamescom haben wir schon erwähnt, dass wir da sind. Ja, Autogramme könnt ihr gerne haben. Autogramme. Kommt einfach ruf uns zu. Genau, ich druck ein paar von unseren Autogrammkarten. Kann ich ja mitnehmen. Naja, mal schauen. Aber jetzt, Musiktipps. Musik. Kate, was hast du denn da? When the sun sets mit dem Song February. Kenn ich noch nicht. Wäre ich mal reinhauen nachher auf jeden Fall. Christian kenne ich. schon. Ja, kennst du? Ja. Von Kraftklub ein Song reich. Der kam ja jetzt auch erst raus und fällt hier einfach noch auf der Liste. Ganz einfach so. Genau und ich war ja letzte Woche auf zwei Konzerten dank Corona und die ganzen Verschiebungen und so finden jetzt manchmal kurz hintereinander zwei Konzerte statt. Eins davon war Togotronic im LKA und das andere war Fanta 4. Ja, Togotronic, die haben einen Song rausgebracht noch vor dem Krieg. Der hieß zufällig Nie wieder Krieg und den packe ich mal auf die Playliste. Und ich habe noch einen kleinen Tipp für Konzertgänger, was ich nämlich jetzt zum ersten Mal richtig ausprobiert habe. Ich habe so eine, da gibt es für Musiker solche Dinger, die man sich so in die Ohren steckt, damit wenn man ganz vorne an der Bühne ist, so im Schallbereich, damit man dann nicht so ein Klingeln im Ohr hat nach so einem Konzert und die dämpfen halt den, hauptsächlich die Tiefen besser etwas und mindern das nur, aber die Qualität bleibt absolut top. Also es ist jetzt nicht wie bei einem Oropax, wo man dann so alles so dumm hört, sondern hier hört man es extrem gut. Ich kann es ja mal mit verlinken, ist von der Firma Schallwerk, habe ich jetzt zweimal getestet und ja, lag jetzt seit Corona oder vor Corona lag es in der Ecke. Ich habe es irgendwann vor Corona geschenkt bekommen und jetzt konnte ich es zum ersten Mal probieren und bin da sehr positiv überrascht. Ja, werde ich mit verlinken. Vielleicht interessiert sich da auch jemand dafür. Genau. Okay, dann sind wir ja durch. So eine relativ kurze Sendung heute gewesen. Kurz und knackig. Macht ja nichts, kann man auch mal bringen. Ich muss hier noch den ganzen restlichen Quatsch installieren hier, damit ich da überhaupt eine Sendung draus machen kann und mein Grafikprogramm brauche ich auch noch fürs Cover und so. Oh, und da fällt mir auf, vielleicht hätte ich Aufnahme drücken sollen, aber alles ganz so toll. Du? Nö, das läuft, hoffe ich mal. Inschallah, wie es so schön heißt. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Ich habe wieder gesehen, da halten uns etliche die Stange hier. Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. dann bis morgen im Kino. Tschüss. Bis morgen. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Der Kinocast.